Und damit willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, Nefret. Einige hatten sich gewünscht, dass ich mal wieder live im Klankrieg angreife. Wahrscheinlich, ihr wollt doch sehen, wie ich versage, Leute. Seid doch ehrlich. Seid doch ehrlich. Das machen wir jetzt heute mal. Wir haben wieder einen arabischen Gegner, wie immer eigentlich zuletzt. Und ich greife jetzt gleich die Nummer 5 an. Ich habe mir da ehrlich gesagt wirklich mal wieder keine großartigen Gedanken gemacht. Plan ist jetzt eigentlich nur einen Sprungzauber hierhin, einen Sprungzauber hierhin. Aber nicht in dieses Feld hier rein. Die sollen nicht zu den Elixiersammlern laufen. Die sollen hierher laufen. Und daher. Und dann bitte zum Rathaus. Was habe ich denn für Truppen? Ich habe, wie gesagt, zweimal Sprung, zweimal Dings hier, Wutzauber. Ich habe noch vier Babys mitgenommen. Wer weiß, wofür ich sie am Ende noch brauche. Denn er hat jetzt ziemlich viel Luftabwehr hier vorne. Drei Stück schon mal. Und da vorne noch eine. Bedeutet, hier unten könnten wir eventuell noch so ein paar Gebäude dann am Ende kriegen, falls wir nicht auf 50% kommen sollten. Ich weiß es ja nicht. Meine normalen Angriffe liefen zuletzt eigentlich ganz gut. Nur, es war halt... Ja, wobei doch, da hatte ich... Ne, warte mal. Das war verteidigung. Hier. Ich hatte zuletzt aber immer die... Ja, einmal hatte ich keine Drachen. Sonst hatte ich eigentlich immer Drachen. Das war das Problem. Und... Naja. Deswegen wird es jetzt ein bisschen lustig werden, weil ich jetzt, wie gesagt, eigentlich nicht mehr dran gewöhnt bin, noch mit Boden anzugreifen zuletzt. Aber ich rede schon wieder zu viel rum. Habe ich in der Klarenburg das Richtige? Ja, da haben wir einen Golem drin und auch einen riesen... Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und da würde ich mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir greifen jetzt an. So. Am PC, das wird natürlich wieder sehr lustig werden, Leute. Das wird wieder... Das wird wieder ultra funny. Das wird ultra funny. Passt mal auf. So da einen hin. Und da einen hin. Bitte nicht in das andere. Kompartement rein. So. Und jetzt bin ich ja mal sehr gespannt, ob wir das hinbekommen, so wie ich mir das vorstelle. 1, 2, 3, 4. So. Heilerinnen hinterher. Äh... Wut-Zauber 1. Wut-Zauber 2. Oh, ihn hier. Jetzt mal eben schon mal einmal zünden. Sonst wird mir das ein bisschen... Sonst wird mir das ein bisschen zu tricky hier auf jeden Fall. Oh, ihn jetzt mal eben schnell schon mal. Ich habe noch einen Magier übrig. Warum brauche ich noch einen Magier übrig? Schnell. 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 Geht auf das Rad aus. Geht auf das Rad aus, Leute. Leute, ihr schafft das. Ich glaube an euch. Ja, okay. Oh, das haben wir schon mal geschafft. Ich glaube, wir werden sogar zwei Sterne holen. Oh, immerhin. Hätte jetzt so nicht mit gerechnet, aber da bin ich natürlich zufrieden. Ja, wir holen auf jeden Fall zwei Sterne. Das ging so schnell, oder? Ich habe auch keinen Zauber mehr übrig. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das einfach mal so schnell ging. Okay, jetzt geht es noch ein bisschen darum, ein paar Prozente zu holen. Ja, die Königin wird das gleich unter Beschuss genommen. Den muss ich sie jetzt zünden. Mir bleibt gerade gar nichts anderes übrig. Ah, das wird knapp mit... Das werden sogar knappe zwei Sterne leider nur. Ah, das wird nur leider knapp werden. Okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Äh, den kriegen wir vielleicht noch. Da kriegen wir vielleicht noch was. Da vielleicht noch. Ja, mit den Babys, das war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, die noch mitzunehmen. Denn ihr seht das ja jetzt. Wir holen noch einige Prozent jetzt auf jeden Fall raus. Ja, 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 holen wir auf jeden Fall noch. 60 Prozent, das ist okay. Da kann ich auf jeden Fall ganz gut mit leben. Komm, 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 hol dir noch einen. Hol dir noch einen. Ja, 62 Prozent. Das ist okay. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt hier sogar noch einen. Jetzt vielleicht sogar noch ein Gebäude. Wer weiß. Komm, 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 komm. Ja. 65 Prozent. Ja, reicht das noch? Ja, 66 Prozent. Jetzt ist es sich noch geholt. Jetzt ist es eine noch geholt. Ja, war doch okay. Die Base war allerdings auch eigentlich relativ schlecht, oder? Wenn ich das mal so sagen darf. Als Klischof-Lind-Experte. Wen nehme ich denn als zweites? Die 2 ist eigentlich nur übrig. Das wäre eigentlich Willis Nummer. Mal gucken. Wo sind denn die Feger da? Und da bedeutet, das wäre eigentlich schon fast eher eine Drachen-Base, würde ich mal sagen. Weil die Luftabwehr halt wirklich sehr, sehr weit außen steht. Du kriegst eine Luftabwehr schon mal ganz gut. Ja, wobei, du kriegst die eigentlich, müsstest du... Wir werden mal sehen, Leute. Wir werden mal sehen. Wir machen auf jeden Fall noch einen Angriff. Ich habe Truppen und Zauber schon fast ausgebildet. Moment, hier mache ich noch einen Schub rein. So, wir brauchen noch ein Gift. Ansonsten sind die ready. Okay, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. So, 3, 4. Noch da wäre ich hier reingeknöppelt. Und dann können wir gleich auf jeden Fall noch einen Angriff machen. Ich greife, wie gesagt, ja aktuell wirklich sehr, sehr oft mit den Lufttruppen an. Oh, wir brauchen noch Loots. Loots, Loots, Loots. Maxed. Maxed und Wut. Ja, natürlich auch Maxed. Das habe ich jetzt aber nicht dabei geschrieben. Helden sind noch in der Mache. Deswegen würde ich mal sagen, falls wir noch einen Live-Angriff im Klankrieg haben, nehme ich den natürlich mit. Ansonsten würde ich sagen, ja, warten wir mal ab. Hier oben sind noch gar keine Angriffe passiert. Also, warte ich mal ab, bis die Helden fertig sind. Und ansonsten gucken wir uns noch einen Live-Angriff an. Bis gleich. So, ja, ich habe mir ein bisschen gesucht und ich hatte erst vergessen, den Orden auf Luft zu stellen, was ich natürlich dann noch, also zum Glück noch geändert habe. Ich nehme die Zehner alle mit. Muss sein, muss sein, muss sein. Wir nehmen sie alle mit, die Zehner. Es ist einfach 10 Pokale. Ich weiß natürlich nie, ob ich 3 Sterne hole gegen den Zehner. Also in jedem Fall holst du natürlich sichere 2. Und besser gegen den Zehner sichere Sterne und sichere Pokale zu holen, als, ja, gegen den Elfer vielleicht nicht. Und ich habe teilweise, kriegst du bei den Elfern wirklich sehr, sehr wenig Pokale. Und wenn ich dann irgendwie 5 Pokale oder so bekomme, dann ist ja auch niemandem geholfen, Mami, dabei. Nee, das ist einfach so. Oh, da waren schon mal die ersten Bomben unterwegs. So. Ah, den habe ich stehen, den habe ich richtig blöd gesetzt. Den habe ich richtig blöd gesetzt. So, jetzt muss man da auf jeden Fall schon mal einmal ganz kurz. Das ist echt. Also richtig, also ein richtig dummer Angriff von mir gerade. So ein richtig, das ist das gerade, so ein richtig dummer Angriff. Ohne Witz. Der Angriff gerade ist so richtig dumm. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt, wir werden keine 3 Sterne holen. Auf jeden Fall nicht. Nein, 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 nein. Ich glaube nicht. Wir werden es, glaube ich, nicht schaffen. Ich habe nicht, diesmal habe ich wirklich, ich habe nicht gut angegriffen diesmal. Oh, wir werden nicht mal 2 holen, oder? Wie peinlich ist das denn? Dass wir nicht mal jetzt, dass wir nicht mal jetzt 2 Sterne holen. Das ist echt, das ist eigentlich noch viel peinlicher an der ganzen Sache. Jetzt muss ich nämlich hoffen, dass der, dass der, oh, ey, richtig, richtig peinlich, ey. Richtig peinlich. Oh Gott. Ei, 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 ei. Also irgendwie hoffen, dass sie noch ein bisschen wenigstens die Luftabwehr noch kriegen da vorne. Ja, sehr schön. Ah, ärgerlich, ey. Jetzt, aber vor allem, wo läuft der König jetzt her? Wo läuft der, wo läuft der König jetzt her? Der König läuft einfach mal komplett außen rum. Jetzt muss ich echt hoffen, dass der König da schon mal wirklich sehr, sehr viel außen weg holt. Damit ich gleich die Könige noch setzen kann und die Könige noch, möglichst, noch zum Rathaus läuft, damit wir den 2. Stern noch bekommen. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Der Warn ist jetzt gleich kaputt. Ich kann den König jetzt gleich schon, okay, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen, ja, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen hier. Komm, König, gezündet, sehr schön. So, König holt sich da außen nochmal was weg. Die Königin muss jetzt auf jeden Fall das Rathaus noch holen. Oh, ei, 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 das wird knapp. Ah, eine Minute noch. Sie braucht ja noch, äh, ja, eine Mauer muss sie mindestens noch holen. Hoffentlich, lauf, lauf, lauf. Ja, sehr schön, sehr schön. Sie wird auf jeden Fall sich das Rathaus noch holen. Und dann haben wir zumindest 2 Sterne geholt. Also, ärgerlich. Ich habe, ich habe die Zauber, habe ich einfach mal, dieses Mal komplett verbraten. Äh, das war, das war sehr dumm. Denn dann habe ich die Fähigkeit von dem Warn habe ich auch verbraten. Ja, und so werden es dann am Ende halt nur leider zwei Sterne. Was soll ich machen? Aber immerhin können wir unsere Giftsauer noch verbraten. So. Komm, bitte, Königin. Komm, Königin. Hol dir, holst du dich nur ein paar Prozente für die Galerie? Kriegt sie vielleicht sogar noch ein, zwei Prozente hin? Das wäre natürlich noch... Aber sie werden ihm im Leben drei Sterne holen. Da wird die Zeit schon gar nicht mehr reichen. Aber lasst sie mal ruhig noch... Noch eine Falle. Okay, diesmal. Okay, dann nicht. Dann nicht, dann nicht, dann nicht, dann nicht, dann nicht, dann nicht. Ich habe sechs Pokale leider nur. Wir haben vier Pokale verschenkt, aber wir haben den Bonus bekommen. Wir haben den Bonus immerhin bekommen. Wir fordern nochmal eben an. In der Schatzkammer habe ich ja auch da ein bisschen was. Ja. Dunkelz habe ich 200.000. Das wird jetzt wahrscheinlich auch erstmal so bleiben, wenn ich ja mit Luft angreife. Wir können auch mal weitere Truppen hinterher schicken. In unserer... In unseren, äh, Kasernen. So heißt das. Das passt auf jeden Fall. Die habe ich auch noch in der... Komm, wir machen so Feier des Tages. Machen wir noch einen Angriff hier. Ich habe mein Dorf mal so ein bisschen umgebaut. Ich wollte die Base von Tom Tartar nachbauen. Das ging, äh, ziemlich... Das ging ziemlich in die Hose. Weil ich mich verbaut habe. Und dann kam das hier dabei raus. Aber komm, wir machen ihn mal eben fertig. So. Und holen uns doch Loot. Loot, 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 Loot. Okay, Loot, Loot. Mh, die Riesenkanone ist... Das sind mal so die ersten Sachen, wo ich drauf achte. Wo ist die Riesenkanone? Wo ist das? Wo ist das? Äh, würde ich fast schon sagen, das lohnt sich hier nicht mit Luft anzugreifen. Ich kriege die Riesenkanone nicht schnell genug down. Wir probieren es mal wieder mit der... Wir probieren es mal mit der Standard-Taktik hier. Wir probieren es tatsächlich mal wieder mit der Standard-Taktik. Nehmen mal eben ganz schnell das Lager mit. Das Lager nehmen wir auch mit. Ansonsten hat er keine Lager außen. Und dann lucken wir mal. Dann lucken wir mal. So. Hexen gleich. Dann natürlich Kampffaschine. Dann natürlich der Rest. Die Kampffaschine soll eigentlich nicht da reinlaufen. Die soll eher in die Mitte laufen zur Mauer. Deswegen müssen wir mal gucken. So. Ja, sie läuft zur Mauer. Das ist sehr gut. Bleib an der Mauer, Baby. Bleib an der Mauer. Jetzt können wir sie hinterher schicken. Da war schon mal eine Mine. Kampffaschine tankt noch. Das ist gut. Komm, mach die Mauer kaputt. Sehr gut. Jetzt bitte mit einem Schlag. Ja, sehr schön. Der ist down, der Taschmetterer. Jetzt kommt natürlich gleich irgendwann die Riesenkanone und wird mich ziemlich kaputt machen. Ja, da hat sie nämlich schon geschossen. Nein, nicht die Riesenkanone. Ja, jetzt ist die Kampffaschine down. Ja, das ist echt aktuell ein bisschen tricky. Ein bisschen tricky. Was haben wir denn noch? Wo sind eigentlich die ganzen Hexen hingegangen, oder? Die waren ja alle komplett ganz schnell down. Meine lieben Hexen. Oh, da muss unsere Base halten. Sonst verabschieden wir uns mit einer Niederlage heute. Das wäre ja auch gar nicht mal so gut. Ich könnte es verschmerzen. Aber es wäre trotzdem nicht schön. Oh nein, er greift sogar noch an. Nein, nicht, nicht, nicht. Oh, eine Minute reißen noch. Was wird der machen? Entweder er zerstört mich komplett, oder er hat... Er trödelt. Ja, er zerstört mich komplett. Wow. Danke, Tom, für diese geile Base, die jetzt schon zweimal 100% kassiert hat. GG. Ey, da muss ich aber noch einen machen jetzt. Boah, warum hat der mich denn... Das teilen wir jetzt erstmal. Danke, Tom. Wie kann der mir denn 100% geben? Alter. Tom sagte, gegen Luft wäre die Base nicht gut. Was wir jetzt ja wohl eindeutig gemerkt haben. Boah, vor allem wie... Wie billig das im Endeffekt war. Okay, wir probieren das mal aus. Habe ich eigentlich meine... Nein, die sind noch nicht fertig. Die Riesen müssen noch. Na gut, wir versuchen mal deine Taktik ein bisschen zu kopieren. Vor allem die... Die war ja gar nicht mal so schlecht. Er ist sogar von da gekommen. Da hätte er eigentlich hier noch... Naja. Wir werden das mal ein bisschen ändern. Da setzen wir mal eine hin. Und da. So. Da müssen wir mal warten, bis die Kampfmaschine fest ist. Alter, das gibt es doch gar nicht. Wow, er hat jetzt super. Ganz großartig. Er hat jetzt die... Er hat jetzt die Riesenkanone im Ausmaß. Das bedeutet, selbst wenn ich gewinne, dann wäre das wieder so außer Konkurrenz. Wir testen nochmal unsere Standard-Taktik aus. So, nochmal die Hexen. Alter, zuletzt läuft es einfach gar nicht. Wirklich, muss ich sagen. Es läuft zuletzt einfach überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, nehmen wir doch mal ruhig die Standard-Taktik von da vorne. So, lassen wir die mal überholen. Die Kampfmaschine. Eins, zwei, drei. Und gucken mal, ob vielleicht nicht die Riesen schon mal ein bisschen was tanken können. Für uns. Das wäre schon mal ganz cool. Ja, oder flog der erste Riese schon. Und jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Jetzt bin ich ja mal wirklich... Jetzt bin ich ultra gespannt, was passieren wird. Kampfmaschine, drück. Kampfmaschine, drück. Drück, 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 drück. Ich drücke jetzt einfach mal die ganze Zeit durch. So. Die Luftbomben sind endlich down. Jetzt dauert es nur leider zu lange, bis sie sich da entschieden haben, wo sie hinwollen. Und deswegen werden sie jetzt wahrscheinlich von dem Multimerser kaputt gehen. Nein, noch nicht ganz. Boah, es leben doch so viele Hexen einfach nur. Multimerser ist immer noch am Leben. Alter, Leute. Was ein... Was ein Heckmeck. Wir haben es aber geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. 90%. Jetzt sag mir, wir haben gewonnen. Ja, Mann. Wieder... Oh, zwei Sterne. Und läuft. Mixed, 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 mixed. Kanonenkarre. Ja, genau. Aber wir haben gewonnen. Wir haben zumindest einen geholt. Ich muss jetzt ein bisschen warten. Oder ich mache die Kampfmaschine. Ich habe drei Millionen Speicherplatz. Bedeutet, ich bräuchte noch einen Sieg. Dann könnte ich die Kampfmaschine hochziehen. Oder wir ziehen danach die Hau-Drauffriesen direkt nochmal hoch. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, danach ziehe ich die Hau-Drauffriesen hoch. Und dann sage ich, Dankeschön fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Für mehr Clash of Clans immer einen Daumen nach oben geben. Wir warten ja alle auf das Update. Bleibt da mal dran. Bleibt da mal dran. Es wird sich lohnen. Macht es gut. Tschüss. Bleibt da mal dran. Untertitelung des ZDF, 2020